Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay, hier ist Cooking Academy 3 Erfolgsrezepte, wenn es euch gefällt, macht einen Daumen hoch, Abo, freut mich auch. Wir spielen, und zwar die Rindfleischgerichte. So, wir machen heute gegrillte Rippchen, Hackbraten und Bibibab. Grillte Rippchen, der Schlüssel zu guten Rippchen ist, kurz die Rippchen zu nutzen, die mehr Fleisch enthalten. Diese lässt man lange auf niedriger Temperatur kochen, damit das Fett und das Fleisch zart und saftig werden. Benutze das Messer, um die Zwiebel zu hacken. Oh man, ich gehe jetzt wieder los mit der Zwiebel. So. Gut, nächstes. Ba, 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 ba. Sehr schön. Weiter, füge Zutaten hinzu. Das heißt, wieder erkennen. Zwiebeln, Tomatenmark, Zwiebeln, 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 Soße, Worcester und brauner Zucker. Genau, so ist es. Und mariniere die gegrillten Rippen. Oh, geil. Also, das würde ich auch essen. Wenn es mager ist. Schön. So. Und das nächste, schneide die Rippchen. Okay. Ah, okay. Tidididii. Oh je, dann noch grün, oder wie? Okay. So, und nochmal. Die sind aus wie Würstchen, oder so. Fertig. Genau. Und Grille. Ja, dachte ich mir schon. Okay, dann rinieren wir die Würstchen, oder die Rippchen, besser gesagt. So. Marinieren. Geil. Und schön rüber, zack, 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 zack. So, nächstes. Die letzten drei jetzt noch. Zack, 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 zack. Oh, jawohl. Gut. Ja, geht doch. Und wie viele Sterne habe ich? Schauen wir mal. Fünf. Jawohl. Hackbraten, ein Vetter des Fleischklopses, der vor allem in der belgischen, niederländischen und deutschen Küche zu Hause ist. In amerikanischen Kochbüchern erschien er zum ersten Mal im späten 19. Jahrhundert. Schlag ein Ei auf. Also Hackbraten könnte ich noch in echt machen. So. Reibe das Brot. Genau. Das kommt ja auch dazu. Wir nehmen immer altes Brot, lassen es einweichen ins Wasser. Und dann kommt es ins Ding rein, Hackfleisch. De, 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 de. So, fertig. Ha, ha, ha. Wie ein gutes Deck. Und füge hinzu. Also wieder mal erkennen. Oh, geil, ist ein Flasch. Ah, nicht erkennen. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vermische den Hackbraten. Genau. Bis jetzt ist es noch so, wie es in echt ist. So, jawohl. Gut. Zack. Sehr schön. Backer den Hackbraten. Und der letzte Schritt ist schneiden. Und, cool. Wieder dreimal, oder? Ja. Hm. Geile Hackbraten. Sehr schön. Und wie viele Sterne habe ich? Wieder fünf. Hm. Geil. Jetzt kommt Bipipipap. In diesem koreanischen Gericht, dessen Mahlzeit so viel wie gemischtes Mahl bedeutet, muss man die Zutaten vor dem Essen selber gründlich mischen. Bipipap wird manchmal in einem Steintopf serviert, der so heiß sein kann, dass der Reis darin sehr knusprig gepraten wird, der knusprig gepraten wird. Okay, ich schneide das Steak. Puh. Ziehe dreimal. Gut. Das Ganze nochmal. So, jawohl. Und das nächste. Hacke den Knoblauch. Gut. Mach mal. So. Gut. Sehr schön. Und hacke die Zwiebel. Oh je. Nicht schon wieder. Naja gut, das geht ja noch. Hasse Zwiebelhacken. Wenn das so schnell gehen würde, wie in echt, wie hier drin, ne? Dann wäre ich glücklich. Und das nächste ist, reibe den Ingwer. Den Ingwer wahr. So, fertig. Und das nächste füge die Zutaten hinzu. Jetzt erkennen. Genau. Und zwar die Zwiebel. Na. Scheiße. Knoblauch. Fuck. Sesamöl. Das. Das. Oh Mann. Ja okay, es geht noch. Kühle das Steak. Oh Gott. Also wieder reinstellen. Das Ding. Ne, das geht nicht. Äh. Nehmen wir die Eier da hoch. Halt einmal. Das da, das da, das da. Nehmen wir das da hier hin. Oh wei. So, 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 so. Haha. Geil. Ja, so oder was? Fertig. Ne. Gibt's fertig. Ne, ne. Jetzt machen wir nochmal. Erneut. Geil. So. So. Hm. Pff. Ach du Kacke. Dann so, oder? Warte mal, so? Was denn? Kannst du da hingehen? Da ist ja gar nichts mehr. Warte mal. Die Milch passt. So. So. 6, 6, ne? Genau. So, dass da... Da... Hin... Hä? Äh, mach 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 was so. So, so, so. Ich muss es irgendwie nach unten kriegen. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Warte mal. Das ist doch hoch. Genau. Okay. So. So. Ja, seid doch. Oh man. So. So, so, oder was? Fertig. Anders verstehe ich nicht. Ah, komm, weiter. Schneide den Pilz. Oh man ey. So. Ist doch wurscht jetzt. Und koche das Bibimpap. Na Gott. So, das Steak rein. Schüttel. Schüttel. Hä? Mittlere Ze. Spinat. Pils. Schüttel. Sojabohnen sprossen. Und ausmachen. Nein! Zu früh! Mensch! Weiter wende das Ei! Oh Mann ey! Das gibt es echt nicht mehr! Sehr schön! Und das nächste Ei! So, da rüber und zack! Gut! Und wie viele Sterne? Viereinhalb, naja gut! So, das war's! Ach, wir machen noch Donut Burger, komm! Wie viele andere kulinarische Meisterwerke auch, wurde der Donut Burger erfunden, als einem Koch eine wichtige Zutat ausging. In diesem Fall waren es die Hamburger Brötchen, also nutzte er einfach etwas Süßeres, um die bestellten Hamburger dazwischen zu platzieren. Okay! Ich vermische den Teig. Zuerst Mehl! Was ist Mehl das denn? Oh, das war schon falsch! Fuck! Also dann doch das! Oh je! Mehl! Langsam! Die Milch hinein! Das Ei! Mittel! Die Butter! Hefe! Hefe! Das ist das da! Mensch, verdammt nochmal ey! Slack! Nochmal! Das gibt's doch nicht! Was ist denn des? Hefe! Langsam! Milch, kann ja wohl ja wahr sein jetzt, Ei, Mittel, die Butter, die Hefe, das ist das da jetzt, genau, langsam, Zucker, jetzt ist das, ne, ja, ach man, und aus, gut, und nächstes, roll den Teig aus, so, jawohl, und schneide Teigformen aus, wie viel, 24, aber warte, mehr, mehr, acht noch, so, fertig, und frittiere Donuts, wieder reinschmeißen da, in die Suppe, so, ich liebe Donuts, so, und das nächste, schneide den Donut, ach so, ich muss ihn ja folgen hier, oh Gott, oh Gott, geht schon langsam hier, so, jetzt hat er wohl, und das nächste ist, erstelle Kugeln aus Rinderhack, okay, oh Gott, so, jawohl, und die nächste Kugel, Flatsch, so, schön drehen, genau, nächstes, und eins noch, so, yes, und weiter geht's mit Grille dem Burger, oi, na gut, das geht noch, weil das ist eine große Fläche hier, geht schon, so, Aye, holy Tag, so, Sucharbe, Und das nächste ist, schneide die Tomaten in Scheiben schneiden, genau, liebe Tomaten in Scheiben. Und das nächste, ziehe die Salatblätter ab, oh Gott, ich hasse das. Na, Mann. Und das letzte, fange den Donut Burger auf. Ach, das ist ein Burger aus Donut. Geil, das kenne ich auch nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Gibt es das in echt auch? So, ich habe das noch nie gesehen, noch nie. So, Tomate. Huh, da. Salat brauche ich jetzt. Und den Donut Deckel, sorry. Und das nächste, Salat. So, dann die Tomaten. Und Deckel. Und wie viele Sterne habe ich? Gucken wir mal. Jawohl. Fünf. So, beim nächsten Mal seht ihr Pfeffersteak und Filet Wellington und die Prüfungen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich jumpscauze. Jetzt mit der da Autorologie. Ich bin hier. Vielen Dank.